Viele Grüße aus Baden-Württemberg, aus Museum Steif, wo auch die Zentrale ist. Und ich als Kind, aber nicht nur ich, sondern auch Patricia und auch Juni und Peri, wir haben alle Teddyverse gesammelt. Und wir hatten ein paar Steif hier, wir haben die im Klomarkt immer entkauft. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, die ihr rüber schreibt. Diese Bilder sind absolut gigantisch. Und 150 Jahre gibt es die Firma von Frau Steif, die das damals gebaut hat. Vielleicht habt ihr den Film auch gesehen. Das ist so schön. Und ich habe mit denen Projekte, die wir machen, das ist so emotional. Ich habe heute die Frau Steif, die Inhalerin dieses Unternehmen, kennenlernen dürfen, mit der gesprochen auch letztes Jahr, weil wir gemeinsam zu einem Jahr absolut wunderschöne Projekte machen. Wir planen auch weitere. Also, viele Grüße aus Baden-Württemberg, aus der Zentrale und Streif. Und checkt die Bilder aus. Und kommentiert bitte, ob ihr es schön findet. Und wer noch nicht hier war, sollte vielleicht kommen. Die Kinder haben ja auch so absolut. So emotional, so wunderschön gemacht. Es ist einfach wirklich schön. So emotional, so emotional. Vielen Dank.